Ganz ehrlich, Filme und Sendungen schaust du doch heute nur noch im Internet. Du kannst sehen, was du willst, wann du willst und wo du willst. Du bestimmst, was interessant ist und wann du abschaltest. Es macht aber nicht besonders viel Spaß, nach neuen Videos zu suchen. Du scrollst durch endlose Listen und Hashtags, klickst auf seltsame Vorschau-Bilder und wenn du dann ein Video auch wirklich angesehen hast, kriegst du immer nur die gleichen Vorschläge. Unser Scope Player macht Browsen nach spannenden Videos zu einem persönlichen Erlebnis. So hast du die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wonach du gerade suchst. Ob nach persönlichen Geschichten, interessanten Orten, spannenden Aussagen oder einfach nur dem besten Bild. Was immer dich interessiert, wird zum Mittelpunkt deiner Suche und alles andere wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Die Beta ist online. Wir suchen Partner, Feedback und Format-Ideen.